herzlich willkommen zum quiz taxi spezial es ist unsere 09 plus 1 der ausgabe also die 10 der ausgabe vom quiz taxi heute dreht sich alles um den vollelektrischen opel rocks damit werden wir verschiedene übungen machen und das erste team ist eingetroffen marius wolf und emre can und natürlich annika von unserer damenmannschaft ist auch da immer hast du vertrauen in ihn ja auf jeden fall jetzt das ganz wichtige annika du auch ja selbstverständlich dann würde ich sagen auf geht's auf die plätze fertig los links 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 hier rein hier rein länkling komm 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 ein bisschen noch okay ja 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 komm nach hinten komm 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 Sekunden. Das heißt, zwei Punkte. Es tut mir leid. Was? Also, ich glaube nicht, dass es sich mit Schwanen. Nee, ich glaube nicht. Seid ihr bereit? Auf geht's. Warte, warte, warte. Wie? Warte, warte, warte. Auf die Plätze, fertig, los! Abfahrt, hallo! Stopp! 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 Der Kameramann, der hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, klar, der Kameramann. Immer es den anderen holen. Stopp! Fertig, oder? 44 Sekunden. Gar nicht mal so schlecht. Emil, komm mal her. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, aber ich glaube, es könnte noch schneller gehen. Jetzt bin ich gespannt, ob diese zwei Grobschmiede den Ball in das Tor kriegen. Auf geht's! Und das wird nichts. Oh, schade! Ich fahr jetzt rein. Nicht, nee, nee. Emil, ist gut, bitte. So, die Jungs haben vorgelegt. Fünf Punkte. Bist du zufrieden? Geht besser, aber wir sind schon ganz zufrieden. Annika, du bist auf jeden Fall zufrieden. Ich bin zufrieden mit euch. Auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt zum Quiz-Taxi. Es geht los und die nächste BVB-Legende wartet auf uns. Auf geht's! Tschüss. Tschüss. So, wir sind wieder im Quiz-Taxi. Annika und Schmeller sind zugestiegen. Wir wollen direkt loslegen mit der ersten Frage. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Wie viele Tore hat unser BVB in den zehn Jahren Partnerschaft mit Opel in allen Pflichtspielen, Bundesliga, Pokal, Europapokal geschossen? In 2021, 2022 wird nur die Hinrunde berücksichtigt, da wir ja noch Tore schießen. A 978, B 1030 oder C 1745. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, um euch auf eine Antwort zu einigen. Also die letzten zehn Jahre. Das heißt im Schnitt 130, also 170 im Schnitt. Das ist zu krass. Okay, was sagt ihr also? Antwort B. Antwort B. Ja, Antwort B. Jubel hinten auf den Rängen. Schmeller und Annika haben die erste Frage richtig beantwortet. Sensationell. Jetzt gibt es einen kleinen Einspieler. Wie viele Rocks E passen in eine Parklücke hintereinander, die 19,09 Meter lang ist? Das Auto habt ihr gesehen. Wie lange ist denn so ein Rocks? Ja, lass sie mal. Genau, das wäre ja dann eine Rechenaufgabe. Also so normaler. A 5, B 7 oder C 9? In 19 Metern. Was sind das? Also lass sie mal zwei Meter machen. Was sind das? Zwei Meter machen. Ich würde sagen zwischen zwei Meter dreißig und drei. Ja, wenn es sechs gäbe, hätte ich sechs gehabt, aber so bin ich bei dir mit sieben. Dann lass uns sieben nehmen. Ja? Antwort B. Sieben. Annika ist da sehr strategisch drangegangen. Und sie hat recht! Yes! Das war jetzt sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir das iPad in die Hand und in den folgenden Bildern haben sich zwei BVB-Legenden versteckt. Pro richtige Antwort, also wenn ihr beide erkennt, erhält das Team einen Punkt. Auf geht's! Oh mein Gott, ey! Gut, also Lars ist klar. Ja, Lars ist klar, aber... Ja! Ja, oben ist also... Noch zehn Sekunden. Wie viele Leute sind das? Zwei. Zwei? Ja, das sind Lars und ich. Wer? Lars Ricken und ich. Lars Ricken und du? Ja. Sehr gut. Kommen wir jetzt zum zweiten. Ähnlich einfach. Was? Okay, Roman Weidenfeller. Ja gut, wenn er den... Dann jetzt ist es doch nur wirklich einfach. Denkst du, dass wir das Obo sagen können? Gegen der Augen und Augenbrauen, ne? Ich würde Obo sagen. Noch fünf? Ja, dann lass uns die nehmen. Ja. Wer? Roman Weidenfeller und Patrick Obo Moela. Ja. Und diese Antwort ist... Stark. Richtig. Und jetzt kommt das Einfachste. Ach du meine Güte. Das ist Zorki, ist das? Ja. Zorki und... Ja, ganz klar. Also dann nehmen wir Michael Zork und Norbert Tickel. Ja, ganz klar. Ja. Das ist Schmelles Spiel. Das nächste Spiel ist... Lippenlesen. Was? Einer bekommt Musik auf die Ohren und der andere sagt Begriffe, die entweder aus dem Fußball kommen oder aus der E-Mobilität. Was? Also kennst du die Geschichte mit mir und Pischu? Ich hoffe nicht. Nein. Kenn ich nicht. Busfahrer. Puff. 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 Nachspielzeit. Ah, Nachspielzeit. Ja. Taktiktafel. Taktiktafel. Oh. Flutlicht. Fuß. Ja. Sag nochmal. Flutlicht. Flutlicht. Konter. Konter. Borsigplatz. Bolzplatz. Bolzplatz. Bolzplatz? Sag nochmal. Borsigplatz. Ah Borsigplatz. Ladesäule? Lade? Ladesäule? Ladestelle? Sag nochmal, wir haben mehr. Ladesäule? Ladestation? Sag nochmal. Ladesäule. Noch 10 Sekunden. Elektrisch. Elektrisch. Ökostrom. Und Schluss. So, jetzt sind wir in der Fanwelt. Wir stehen hier an einem Opel Mokka E. In diesem Opel Mokka E sind jede Menge Bälle. Ihr müsst schätzen, wie viele Bälle in diesem Mokka E sind. Dann werde ich euch sagen, was eure Partner getippt haben. Das wird addiert und dann durch zwei geteilt und der Mittelwert ist dann eure Antwort. Da gibt es einen Zusatzpunkt. Wir geben euch jetzt die Möglichkeit, natürlich ums Auto zu gehen und mal ein bisschen zu schauen, wie viele Bälle ihr glaubt, dem Opel Mokka E sind. Im Fußraum sind auch Bälle, ja. Wie viele Bälle sind in dem Auto? Also wir schätzen, es sind 130 Bälle im Auto. Okay, ihr habt 130 Bälle gesagt. Eure Partner, was die gesagt haben, schauen wir uns jetzt mal kurz an. 64 sagen wir. 64 haben eure Kollegen gesagt, 97 ist der Schnitt mit euren 130 und am Ende sind es 146. Glaubst du, dass die anderen Teams auch so schlecht sind wie ihr? Ich hoffe es. Ich denke, es wird nicht reichen. Arbeaata! 5. Sindkids? Vielen Dank.